Mein Name ist Adrian und ich begrüße dich hier auf dem AIM-Production-Kanal. Solche Videos hier habe ich jetzt schon des Öfteren auf Instagram gesehen und ich kann es verstehen, weil so können wir jetzt quasi den Screen Recording machen, können eine andere App zeigen, können irgendwelche Notizen zeigen, wie auch immer und können dann wieder zurückkommen quasi in die Kamera App und haben so quasi wieder unser Gesicht, können irgendwie wieder was erklären und müssen im Nachhinein nicht schneiden. Wir können das Ganze einfach direkt auf Instagram TV oder in unsere Stories hochladen, müssen im Nachhinein nicht schneiden und haben trotzdem die Option irgendwie zwischen Inhalten auf unserem Smartphone und der Kamera sozusagen zwischen hin und her zu switchen, ohne Schnitt. Aber trotzdem fand ich es dann so blöd, so mit dem Gesichtserkennungsfeld da, dem Rahmen in Orange, mit den Gitterlinien hier noch zusätzlich mit Fotorahmen iPhone-Style, das fand ich sah einfach blöd aus. Und dementsprechend hier jetzt eine meiner Meinung nach viel, viel bessere, viel, viel professionellere Alternative und man muss trotzdem nicht schneiden in der Post-Production. Und zwar würde ich einfach nicht die Kamera App von Apple intern benutzen, sondern würde die App benutzen Filmic Pro. Und da gehe ich jetzt gerade mal drauf, denn die App Filmic Pro bietet es uns, dass wir alles ausblenden können. Das heißt, wir können genau den Rahmen ausblenden, wir können irgendwie die Audio-Einstellung und so weiter, können wir alles ausblenden. Und wie das funktioniert, das zeige ich dir gerade mal. Filmic Pro habe ich übrigens unterhalb in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn wir jetzt hier einmal quasi aufs Display tippen, dann sehen wir, hier wird schon einiges ausgeblendet. Also uns bleibt dann quasi hier unten so eine Audio-Linie und hier oben bleibt uns quasi die Belichtung und der Fokus erhalten. Wenn wir das aber nicht wollen, dann können wir hier einmal nochmal drauf tippen, in die Einstellungen gehen und auf den Punkt Gerät. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, einmal runter zu scrollen und zu sagen, Fadenkreuz mit Oberflächenelementen ausblenden. Und wenn wir jetzt einmal hier drauf tippen, dann sehen wir, ist das Bild komplett clean. Wir gehen hier einmal nochmal drauf und drehen hier die Kamera. Das können wir machen bei Kamera und können jetzt hier auf Selfie tippen. Und jetzt sieht man mich hier auch und wir können hier sehen, dass wir die Belichtung hier auch anpassen können. Können wir die Belichtung anpassen und jetzt können wir das Ganze einfach weg machen. Und jetzt haben wir hier die tolle Funktion, dass wir ein cleanes Videobild haben von unserem Smartphone auf unserem Smartphone. Und trotzdem können wir ja jetzt in eine andere App switchen, wie auch immer. Und können jetzt hier in die GoPro App wieder zum Beispiel gehen. Doppelklick auf den Homebutton, wieder zurück in Filmic Pro und jetzt haben wir hier direkt wieder ein schönes, cleanes Bild. Das ohne die ganzen Einstellungen und Gesichtserkennungsrahmen und wie auch immer daherkommt. Natürlich, das können wir uns einblenden, indem wir einfach kurz drauf tippen. Aber wir können es auch komplett ausblenden. Und wichtig ist hier, dass wir in den Einstellungen auch hier diese Anleitungen nennen die das. Also diese Gitterlinien einmal ausschalten, damit hier wirklich das Bild komplett clean ist und wir so eine gute Möglichkeit haben, hier den Rahmen zu schaffen. Denn das ist ganz, ganz wichtig. Natürlich müssen wir einen gewissen Workflow auch haben und die Videos müssen schnell zu produzieren sein und einfach zu produzieren sein, damit wir letzten Endes auch produzieren und nicht kein Video produzieren oder viel weniger Videos produzieren. Aber trotzdem sollten wir darauf achten, dass wir eine hohe Qualität an Video bieten und nicht irgendwie da so rumbasteln, wie zum Beispiel mit der Fotos App. Dementsprechend hier jetzt der Tipp für alle, die das mal ausprobieren wollen. Mach das mit Filmic Pro. Die App kostet ein bisschen Geld, aber ich finde, das ist auf jeden Fall gut investiert, auch wenn man bedenkt, dass man im Nachhinein das Videomaterial nicht mehr schneiden muss. Das war es jetzt hier von diesem Video. Lass gerne eine positive Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Und abonniere hier den YouTube Channel für weitere Tipps und Tricks rund um das Thema Videoproduktion. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao.